Naja egal, vielleicht wird es schon wieder gehen. Na, es geht schon wieder. Hier scheinen noch Wege zu sein, die ich momentan nicht sehe, wo oben oder unten drunter sind. Jetzt bitte auf, danke. Lass uns mal alle Kisten aufmachen. Musikerfeld. Was war denn da für Biester? Einen ganz schön großen Hammer. Das war's. Das Glück sind sie nicht so schnell. Das Glück sind sie nicht so schnell. eine quest abgeschlossen ja einer oder zwei ja wie auch immer sind wir haben wir haben vier reichen wohnung fünf kann ich den sachen schenken also mehr sagen wann sechs ist der höchste rand dafür habe ich schon rausbekommen was man davon sechs mann kann weil sie rassi was geht jetzt geht ja so mal erwähnt haben Nee, wird auch gelivellt! Girito und Silica. Boah, dann geht der auch noch daneben. Level Up! Paktisch und Heiler, wenn es mal endlich funktioniert. Wo ist noch einer? Da! Sehr gut! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Wer in der Junde sende die Hu hat mich nicht gerendet. Wir sind gut, aber die Bernie! Es ist ein Erfolg, weil Sie sehr sehr vereint. Das ist total! Ja, das ist sicher. Das werde ich bei dir sein. Was der Gerst du? Ich mache dir das! wir haben ja schon so ziemlich alles gelernt ja hier haben wir schon das ist dann noch mal händchen halten wo ist der wurm hier muss immer was seine wieder oben oder und runter oder halt noch geheime höhlen mal schauen immer mehr wird schon rausbekommen das ist Das ist toll! da war ja gar nichts ja ich ja 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 Oh How Oh, der da hochgekehrt Altmensch Klaue Da ist er jetzt auch gut Wow Was hat der für ein Bums? Da gehst du da fest, meine Kumpels im Felsen Ja Ah, ich war auch Waaah, ich war da nicht Au Apropos Oh Oh Ich weiß, was ich buchte 27 Treffer Ja, nee, ist klar Oh 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 Der ist aber ganz schön wütig hier Oh 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 Die Lebensspender Hey Na ja Aber jetzt haben wir alle Kisten Oh 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 Jetzt wollten wir doch da oben rechts gehen, machen wir doch mal Aber durch Leute ja ich hätte gesagt die wenn auch immer eine rote aber warum schon eine bostruhe vielleicht kommen wir da oben jetzt ähnlich lang da ist wieder ein ne da geht nicht windig keine ahnung beset mich nicht oh es geht hier doch weiter das ja 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 jetzt aus mit argyle das dauert noch bis fünf eine rote Nein. Ja, in letzter Zeit haue ich sehr oft daneben. Warum weiß ich gar nicht? Wir brauchen bessere Waffen. Ja, viel bessere Waffen. Ein Unglücksvogel, oh mein Gott, der bringt ungelöst. Ich brauche schon gar nicht die Kiste aufzumachen. Nur Müll drin, stimmt. Putzt das Sülfen. Wenn die Wesenswerte hätten. Wenn die Wesenswerte hätten. Hey, eine Aufgabe. Ich glaube. Hier geht's noch mit dir. Möchtest ich das Ding? Es ist eigentlich so schlecht. müssen wir keine dunklenen werden. Sie sind enfim. Die Fall ist er precious. sehr gut das war so jetzt nicht ich habe zuvor wir sterben jetzt sind bei ihrem ex aus noch nicht so viel gelernt ja auch nicht egal dann soll sie mal ja 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 So, wo ist denn da oben? Wieso denn da oben? Jetzt hängen wir nirgendswo fest Überragender AP Trank, sehr gut Ich komm nie dran, boah, der wird wieder hochgepustet Wieso? 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 Da ist auch ne Sackgasse, und wir werden wieder hin und zurück Die Massen von Gegnern Die Massen von Gegnern Da, 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 da Und so, nächste blaue Kiste Da, 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 da Oh mein Gott, wie viele Viecher hier rumlaufen Der Mep Na sehr gut Aber immer noch nicht die Tour auf Wo will er hin? Kapier, mach die Tour auf Immer noch nicht Was? Ja, endlich mal Wäre gewohnt Hexe, Kuriosität Okay Das müssen wir uns doch gleich mal angucken Wird neue Sachen ab hier Bis zum nächsten Mal.